Was ist die Entwicklung von Fahrwerken? In der Entwicklung von Fahrwerken sind sicherlich die Themen Sicherheit, Komfort, aber auch Vernetzung die wesentlichen Treiber. Regelfunktionen wie Abstandsregelautomaten oder Spurhalteassistenten kennt man heute in allen relevanten Fahrzeugen. Pilotiertes Fahren oder automatisierte Funktionen können sicherlich die nächste Ausbaustufe sein. In der Entwicklung von Antrieben beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Einhaltung der Emissionen für neue Gesetzgebungen wie den neuen Fahrzyklen, beispielsweise dem WLTC, aber auch neuen Gesetzgebungen wie zum Beispiel den Real Driving Emissions. Hierzu haben wir eigene Methoden, Auswertung und Analyseverfahren, aber auch eine eigene Messausstattung bei Bertrand aufgebaut, um hier für unsere Kunden einen durchgängigen Support anbieten zu können. Mit unserem Fahrdynamics Simulator holen Sie sich das Fahrzeug ins Büro, bevor der erste Prototyp existiert. Auf Basis der Vollparametrierung können Sie Regelfunktionen, aber auch Assistenzfunktionen ergreifbar und erfahrbar darstellen, aber auch in der Funktion absichern. In Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der Entwicklung Elektronik haben wir an unserem Simulator die adaptive Dämpferregelung entwickelt, aber auch für Assistenzempfehlungen in Form von Displaydarstellungen abgebildet.